Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube im 5. Folge der Let's Play 2, Colin McBride, oder 2, um nicht genau zu sein. Äh, ja, ich bin No-Name-Müllspieler. Ich glaube, das funktioniert. Ja, hm, welche waren, ich glaube, wir fangen jetzt mal voratzen. Gain-Tresher! Torjäger ist ziemlich verrückt, aber ein wahrer Test von Können und Geschwindigkeit. Die Fahrer rasen einer nach dem anderen über den Kurs und müssen möglichst viele Tore passieren. Okay, dann wollen wir mal. Ja, danke. Ein, Fahrzeuganstellung, das mache ich später mal. Ja, das ist schon mal. Vielleicht, nee, lässt sich lassen. Okay. Eingeworgen. Ich habe 291 gekostet. Für meine Kopf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, Na ja ich komm wir nehmen die Flucht. Warte. Geil raus. Rischer. Ja, brenn mich. Brenn! Neue Wagen, mal in Brück auf. Ich mag Subaru ziemlich gerne zum Spiel. Subaru und Prezabellius ST. Ok. Hey Bruchpilot! Das ist Kroatien, hier gibt's nichts geschenkt. Fahr so schnell du kannst und bleib auf der Straße. Warte mal, das ist jetzt leider eine Schuhe. Das ist nicht so schlimm. Ah Mann, da bin ich hier. Warte mal, da bin ich hier. Ich komm, ich komm nicht. Wieso? Äh! Hat er grad nicht... ...ein Scheiße schon. ...ein Scheiße schon. Warte mal, da bin ich nicht. Warte mal, da bin ich nicht. Der Stöck, wie ging denn? Ok, ok, ok. Los, los, los! Komm, scheiße, 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 scheiße. Ich geh, das war ein Stück schön. Ich war schön durch die Balken gelattert. Nein, 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 nein! Oh Scheiße. Komm schon, wieso kann ich das jetzt bitte zurückspielen? Das darf ich wahr sein. Ich hasse das. Hm. Neustarten, scheiße. Entschuldigung, aber, naja, es ist... ...weiß nur, dass ich vielleicht investiere, ja, das... ...ich dachte, du hast so schnell zu sehen. Äh, wenn der das da tut ist, ...das ist nicht so wichtig, oder was... ...weiß ich nicht genau. Ich gucke, glaube ich, nach der... ...weiß ich noch mal nach... ...dass ich noch mal angeschränkt kurz nicht an. Ich zeig das... ...gespielen. Hier kann man das richtig Spaß gespielen. Das ist nur zu viel. Ich glaube, ich würde es nicht mehr spielen. Aber das macht mir jetzt ziemlich gut. Oh, ich kann das nicht besser durchkommen. Das macht mir jetzt nicht so schlecht. Oh, ich... ...ich... 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 ...niere... ...ich... 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 ...sooo... ...hooh... ...let's go! So, wo ist die Idee? Nee, guck mal, da bin ich so besser durch. So, mal ziehen! So, müssen ich mal das noch mitgekommen. Wooh! Wooh! Jo jo, ich glaub, ich kann die Not von Kampferd. Ich hab die nicht nur entschieden lassen. Aber wollen wir mal auch, dass wir trotzdem erst der wäre. Ich möchte nicht. Oh, mal machen! Nein, 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 nein! Hahaha! Hahahaha Oh, das ist die erste gewonnen, obwohl wir jetzt nicht mehr so sind Naja, wir sind... Okay... 45 und 43 ist... ...dann ist gut Ist knapp geworden noch Vielleicht da hinten noch länger, wenn ich... ... vielleicht 2 oder so... Schön Ja, fast Level 9 Ich glaube, jetzt... ...fliegen wir mal weiter... ...acht nach Tokio Saubere Arbeit beim letzten Event Danke, Ken Du bist auf eine kleine Herausforderung? Kannst du dir Zeit unterbieten? Klar kann ich das Hey, Bruchpilot, wenn du mal was anderes probieren willst... ...demnächst steht Dschungel-Action in Malaysia an Sammle doch etwas Erfahrung, dann nehm ich dich mit Okay, gut, danke Aber erstmal gehen wir jetzt nach Japan Machen wir... ...Scrallycross-Band Ja klar, lassen wir so Die müssen sich umrüsten Die müssen sich umrüsten Na, ich glaube, das bringt's So, und... Anpassende Anpassende Ich finde... ...für dir... ...Skyjig ist geil aus Nehmen wir erstmal Eibach Aber es müssen gewinnen sein ...für Rennen gelb ... 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 Wir brauchen den Prenzern wieder ins Sdp. Hey Bruchpilot! Da bist du also! Stell' die Koffer weg und komm' ich! Vielleicht mach' ich auch! Hey, wir müssen auf der Frischer nicht drehen! Ich freu' mich schon! Ja, ich freu' mich auch! Oh, Entschuldigung, Entschuldigung! Dann hab' ich in der Brunnen keinen Bock gezogen! Das ist was hier! Nur keinen Bock! Ich freu' mich! Oh, viel zu schnell! Ja, meine, wir sind schon weg! Wenn ich viel zu schnell reinkomme! Ja, die haben ja mal passiert, ne? Warum so schnell? Also, guck mal, was hier passiert! Ich hab' vielleicht noch anschauen! Oh, ich hab' das nicht gemacht! Naja! Ah! Ah, guck' mal hier! 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 Scheiße, Mann! Deine coolen Tricks helfen dir hier auch nicht weiter, Tanner! Na, ich hab doch gar nicht mit dem Tricks angefangen, Ken! Ja! Ach, wieder ein bisschen schnelle Sache, was? Nein! Wow, Bruchpilot! Na, hätte besser laufen können! Boah, Scheiße! Ich hab jetzt noch was in Neustart. Was soll ich jetzt haben? Oder Schande? Na ja! Warte jetzt nicht so scheiße, gerade steuern! Okay! Das muss ich neu starten! Neustarten, bitte! Scheiße! So, jetzt gehen wir das Ganze mal mega an! Vor dem 3, das geht so in den 3! So! Du lässt mich ein, oder? Ja! Ich vergleiche mich schon mal! Blöäaääähäh! Wow, ohne gar vonh! Ooh! Perfektgenommen! Oh! Und der sind wir erster, yeah! Bootpilot ist erster! Das ist gut, dass ich den Namen genommen habe. Wer kriegt mich jetzt von mir raus? So, der ist da. Alter! Alles okay? Ich hab mal einen Ratsch haben! Mann! Scheiße, ey! Jetzt war ich wieder wie so schnell zu fahren. Hey, zieh dich warm an, Ken! Jetzt dreh ich auf! Ach, sehr witzig, Tenner! Komm schon! Alter! Jaaaa! Ich hab mit dem Fahrgarten so viel gegründet. Vielleicht noch das... Ach, hier ist meine Ratschscheibe weg! Der World King ist hinter mir! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt sind wir total schön. Boah, fehlt der Platz nur. Naja. Scheiße. Na, das war ziemlich knapp. Ja. Scheiße ey, das darf nicht wahr sein. Mach ich vielleicht später nochmal neu. Du hast ein paar coole neue Lackierungen freigeschaltet. Ich bin SpotRide. Hi. Jo, 75.000 Bonus. Bam. Moin gehn. Gut, kann er nicht angucken. Die Chinesen sehen Erfahrung als überaus wichtig an. Um in China zu fahren, musst du dir erst einen Namen machen. Trainiere weiter und dann komm uns nach. Jaja. Chines. Äh. Woll ich nicht an den X-Cams machen. Ich glaub das kommt in der nächsten Folge. Hehe. Freut ihr schon drauf. Also ne. Ich bin NoName. Wenn es euch gefallen hat. Und danke dass ihr es bis zum Ende angesehen habt. Ja. Und wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat. Bitte liked das Video. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat. Und ihr mehr davon sehen wollt. Bitte abonniert mich. Es wär richtig toll. Und ja. Und schreibt mir noch Kommentare. Ja was ich verbessern kann. Oder so einen Scheiß. Ne. Ne. Okay. Ne. Ich bin NoName. Und ich bin raus. Ciao. Ja. 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 Vielen Dank.